Jeans sind ein Klassiker. Doch welche Hosen liegen 2022 besonders im Trend? Baggy Jeans Weite Baggy Jeans sind das Must-Have in diesem Jahr. Die Jeans sind an der Hüfte und an den Beinen weit geschnitten und sitzen anders als die meisten Hosen nicht an der Taille, sondern locker auf der Hüfte. Influencerinnen wie Fyss und Lindner zeigen, wie es geht. Wichtig jedoch beim Styling, immer darauf achten, dass das Oberteil eher körperbetont ist, sodass das Outfit insgesamt harmonisch wirkt. White Leg Jeans Wem die Baggy Jeans zu weit ist, für den gibt es die White Leg Jeans. Sie sitzt an der Taille und Hüfte eng, hat aber weite Beine. Durch ihre Form ist sie sehr bequem und luftig und somit passend für die Sommerhose 2022. Auch Kathi Hummels hat die trendige Hose für sich entdeckt. Bootcut Jeans Der Bootcut ist zurück. Die unten ausgestellten am Oberschenkel schmalen Jeans zählen zu den Jeans-Trends 2022. Stars wie Amanda Holden und Lilly zu sein Wittenstein-Berleburg sind Fans dieser Jeans. Am besten kombiniert man diese Jeans mit Boots oder Schuhen mit Absatz. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.